Die Aufmerksam unter euch werden jetzt mit Fug und Recht vielleicht gefragt haben, Malte, sag mal, warum soll denn die Variable Promillegehalt nur ordinal skaliert sein? Kann man daraus nicht eigentlich viel mehr interpretieren? Ist es nicht so, dass das Merkmal Alkoholgehalt des Blutes, aus dem wir dann unsere Variable x machen, tatsächlich erstens ein stetiges ist und zweitens rein physikalisch eine Aussage zulassen sollte wie 2 Promille ist zweimal so groß wie 1 Promille? In Bezug auf den tatsächlichen Alkoholgehalt des Blutes, also unser Merkmal, sollte das doch eigentlich stimmen. Und tatsächlich, in der empirischen Forschung würden wir sagen, ja, unsere Variable Alkoholgehalt gemessen mit einem vernünftigen Messgerät ist wahrscheinlich etwas mehr als nur ordinal skaliert. Wie eine solche Skala dann heißt, sehen wir später. Allerdings ganz streng genommen stimmt das ja nicht. Ganz offensichtlich misst unser Messgerät hier ja nur auf die erste Nachkommastelle genau. Damit wäre es ja so, dass eine Person, die faktisch 0,95 Promille Blutalkohol hat, in der Variablen x vermutlich aufgerundet würde als 1,0 Promille. Genauso würde eine Person mit 1,04 Promille in ihrem Alkoholgehalt abgerundet auf 1,0 Promille. Eine andere Person nun könnte tatsächlich exakt 2 Promille Blutalkohol haben und würde damit vermutlich auch von unserem Messgerät auf der Variablen x einen Wert von 2,0 Promille Blutalkohol bescheinigt bekommen. Und jetzt sehen wir schon, dass das, von dem wir vorhin geglaubt haben, dass wir tun könnten, nämlich zu sagen, diese Person mit 2,0 Promille hat exakt einen doppelt so hohen Alkoholgehalt wie eine Person mit 1,0 Promille, zwar auf der Variablen gilt, auf dem tatsächlichen physikalischen Merkmal aber gilt das hier nicht mehr. Deshalb ist unsere Variable x streng genommen tatsächlich nur ordinal skaliert, weil sie die physikalischen Verhältnisse des Blutalkohols nicht äquivalent abzubilden imstande ist. Wie gesagt, in der empirischen Forschung wäre einem das vermutlich völlig egal und man würde mit einigem Recht behaupten können, naja, so im Groben stimmt das schon, wenn x2 doppelt so hoch ist wie x1, dann auch für das Merkmal gilt, dass die dazugehörige Ausprägung tatsächlich physikalisch doppelt so hoch ist. Und wir würden mit einer solchen Schlussfolgerung den Daten vermutlich nicht mal so allzu sehr Unrecht tun, denn tatsächlich vorhandene Abweichungen, die eine solche Regel übersehen würde, die würden sich in Wahrheit bei den meisten statistischen Verfahren wahrscheinlich rausmitteln. Streng genommen aber ist die Annahme der Ordinarskala für dieses Datenbeispiel hier mehr als gerechtfertigt, da wir bestenfalls die natürliche Ordnung des Alkoholgehalts im Blut, nicht aber deren physikalische Verhältnisse zueinander über unsere Variable x abbilden können.